ARD Text im Auftrag von Funk Ja, 637 ist noch nicht gut. Tiefe 36 ist gut. Na ja. Ach, na dann mal viel Erfolg. Viel Glück. 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 Okay. 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 Oh, Lord! Oh! Oh, Scheisse, Alter! Ah, fuck this! Ah shit man Fahr raus, fahr jetzt raus Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt, wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du um die Strecke fährst Ja, Abstand zum Auto, Fodil beträgt, da schaffst du mal die Strecke fährst Ja, Abstand zum Auto, Fodil beträgt, da schaffst du mal die Strecke fährst Ja, Abstand zum Auto, Fodil beträgt, da schaffst du mal die Strecke fährst Ja, Abstand zum Auto, Fodil beträgt, da schaffst du mal die Strecke fährst Ja, Abstand zum Auto, Fodil beträgt, da schaffst du mal die Strecke fährst Ja, Abstand zum Auto, Fodil beträgt, da schaffst du mal die Strecke fährst Ja, Abstand zum Auto, Fodil beträgt, da schaffst du mal die Strecke fährst Ja, Abstand zum Auto, Fodil beträgt, da schaffst du mal die Strecke fährst Ja, Abstand zum Auto, Fodil beträgt, da schaffst du mal die Strecke fährst Ja, Abstand zum Auto, Fodil beträgt, da schaffst du mal die Strecke fährst Ja, Abstand zum Auto, Fodil beträgt, da schaffst du mal die Strecke fährst also hau da noch ein leute ist ein video geben wenn ihr mein video seht werdet ihr das dann wissen gibt es ein video wo ich vorstelle teams und fahrer und rennkalender wird dann wohl nächsten woche nächste woche sonntag sein also haut rein bis zum nächsten mal tschau tschau